moin moin ich darf mich kurz vorstellen ich bin der tom und ich spiele jetzt gitarre das ist normalerweise nicht mein instrument aber ich gebe mein bestes ihr hört jetzt einen song von phil collins und zwar aus dem letzten solo album going back hört ihr den titelsong going back ich wünsche euch viel spaß ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020